so ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge minecraft ja wir sind wieder bei minecraft und ja es ist gerade viertel ab 1 uhr morgens und ich bin eigentlich ziemlich müde bis vorhin noch gelernt oder gelernt nicht hatte was vorbereitet für den schade doch nicht das letzte mal waren wir endlich mit der suche nach den diamanten fertig beziehungsweise haben wir den kompass mit dabei der uns hilft und der uns geholfen hat und heute werden wir ein bisschen gartenarbeit machen um zu überlegen was was das wir weitermachen wir haben jetzt die mystische bibliothek fertig gemacht können wir mal kurz im blick drauf werfen die mystik bibliothek die mystik bibliothek hier ist ja wir können anfang unsere sachen zu verzaubern und hier ein bisschen mal aufräumen arbeiten zu machen und dann holst du weil ich hätte gesagt die kind fahren weiter mit unseren farmhäusern die so machen unten ist eigentlich den nächsten step bei unserer to do liste so da habe ich gesagt da habe ich kann das alles noch wachsen was das können wir alles gemacht man kann eigentlich sofort mit dem holz hacken et cetera beginnt beziehungsweise mit dem verzaubern mal schauen was ist in einem ferns mädig was passiert denn jetzt hier das was passiert denn ich okay das hat das level gekostet genau so jetzt haben wir die axt dann verzaubert einfach mal drauf machen wir haben noch diamanten die ich gerade gesehen habe ich weiß auch nicht die max anzahl kapazität von büchern erreicht worden ist ja wochen ins haus und guck mal wie es da aussieht vielleicht so nebenbei als info was die streams anbelangt so ich war jetzt lange zeit lange zeit war jetzt eine woche nicht mehr wirklich am stream als liebten wenn ich alles mit der schule ab also schade zu schule zusammenschule habe ich kann nicht mehr sprechen ja ich hatte viel zu lernen et cetera ich war aber auch viel draußen muss ich sagen da nebenbei noch was das mich sehr beschäftigt und das hat die höhere priorität als das stream auch wenn ich mir weh tut dass ich das sagen muss wobei es tut mir nicht weh ist es stört mich irgendwo durch aber irgendwo durch stört mich eben auch nicht wenn ich das so sagen kann wir müssen mal pferde finden gehen ich kann mir sagen wir mal hierhin kohle hälfte vom stack nehme ich mal mit das hier lagern das buchtiere wird holz haben wir fast keine holz wenn wir unbedingt nicht gehen ich kann eigentlich einen diamanten spitzhacker machen na egal wir haben ja jetzt die verzauberte wir machen die mal kaputt und dann dann sollte das schon klappen hier hingetan so sollte genug sein für das was wir machen wollen und dann geben wir mal holz 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 so und dann bauen wir unsere unsere ja wir wollen sagen baumstatt das könnte sogar links sein das sieht danach aus als wir das und dann ja haben wir ein paar bäume weg das ist unser wald ja wie gesagt beim film ist es so dass ich lange mit aber ich kann und zwar habe ich von ferien in drei wochen glaube ich in drei wochen habe ich diese drei wochen also in drei wochen die erste woche wird wahrscheinlich die ganze wochen gestreamt und youtube-videos gemacht also die ferien werde ich sehr 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 nutzen für youtube let's plays etc und alles da könnt ihr euch darauf freuen da wird es wirklich dann wieder content geben aber in den nächsten drei wochen wird es kritisch da wirklich viele viele prüfungen anstehen aber das kriegen wir haben schon ja ich hätte eine zweite achse mitnehmen sollen so sieht man noch nicht wie es sollte die noch ein bisschen verkommen ja wie man mit dem mit dem holz die haben wir nicht gegenseitig runtergeladen das schon da haben wir genug codes die seit links haben wir auch genug das hat schon gesehen durch die welt runter machen wir auch in diesem teil so reicht das für das erste und es wird auch gleich dunkel auf den weg zurück und daneben wie gesagt können wir hier eigentlich schon anfangen die stadt zu bauen wenn wir uns dann einfach überlegen wie dass wir das machen wollen diese frage bleibt noch zu klären bis rauf hier haben wir lange nicht mehr geschlafen in dieser zimmern hier können wir uns eigentlich auch ein paar accessoires hinstellen damit es ein bisschen lebendig aussieht ich hätte gesagt wir schneiden quasi eine fläche von von dem baum ab so eine wie soll ich sagen blätter schicht eigentlich und benutzen einfach gerade die form die es hatte und bauen so ein haus so haben wir unterschiedliche formen das wird doch sicher bestimmt gut aussehen also kommen wir schauen wir uns das mal an fangen gleich mit dem an und jetzt möchte ich gesagt nehmen wir die geschichte mit der schiefe wird das schneller gehen können wir die bauen eigentlich haben wir die nein wenn wir die bauen können ich glaube schon schere genau genau jetzt haben wir hier hier jetzt viele links und jetzt haben wir hier eigentlich quasi schon die form das können wir nicht die hier die 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 so dass eigentlich nicht wirklich groß werden dann so beibehaltlich ist mal schauen wir das ausfallen wir eigentlich sollte ich das mit Slabs machen wir machen jetzt gleich mit Slabs warte ich kann mich auch später holen mal schauen wie das aussieht dann haben wir auch den ersten übergang eigentlich ins haus und hier bauen wir die höhe nummer eins bauen und sehen wie es aussieht das wäre nämlich sehr cool dann hätten wir verschiedene Formen das wird doch sicher geil aussehen oder schön geil wie man nennen will und viel Platz brauer werden wir da auch nicht brauchen oder wir können hier auch Fenster rein machen und wird auch gesagt dass wir irgendwo auch quasi so eine Fensterpassage machen oder wo man auch wirklich rausblicken kann woher jetzt haben wir doch schon sehr süßes Bad hier wir gehen mal kurz rüber da ich weiß nicht noch Slabs im Tablet geht hier noch was probieren also ein bisschen Slabs die ich gesucht habe und Glas haben wir auch noch genug ich will hier was probieren mal schauen wie das aussieht das werden wir schon hinkriegen in den nächsten Minuten dann packen wir mal kurz rüber dann packen wir uns Okay. Fitter skin. Fitter skin. Na, ich schaue die Idee. Weil man hier Glasplatten bauen kann. Also was ich mir hier gedacht habe ist die mittleren zwei Ebenen wegnehmen. Komm wir bauen das mal fertig. Kann man hier schön ausschauen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. So, So. Das wird doch, das wird ganz symmetrisch werden, nicht? Wenn wir mal ein paar symmetrieren sehen, dann könnte ich schon kurz üben. Ne egal, wir lassen das jetzt einfach irgendwie so, bis der Baum vorher gerne gehabt hat. Das ist ja nun! Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut. verbauen diese slabs einfach wie sand am meer aber wenn das nicht geil aussieht dann weiß ich auch das sieht doch hammermäßig das ist wirklich geil aus was für eine idee und damit sich vorstellen jetzt mehrere so warmhäuser die sind alle miteinander verbunden am fluss haben sieht das doch geil aus guckt euch das an das wird ein hartes stück arbeit aber das wird am schluss richtig geil aussehen ganz ein wirklich geiler weg die episode gleich zu beenden und dann haben wir wirklich ich hab riesengroh ich wollte schon auf das nächste mal heilen wir machen sie das da ja so wollen wir einen glick noch von unten drauf werfen können wir dann noch so eine fence hinstellen wow das war schneller unten als ich gedacht habe was ich geplant habe so ich gehe mal runter und schauen mal von weiten haben und dann wende die folge hier das sieht doch hammermäßig an ich muss mir selber vorstellen wie vier fünf häuser die so aussehen wie geil ist denn das wie geil ist denn das bitteschön also dann verabschiede ich mich hier und bedanke mich wieder bei allen fürs zusehen ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn ihr mehr davon sehen wollt bitte lief ein like da wenn es euch sehr sehr gefallen hat wäre ich für mein abo auch sehr froh und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten mal bei einer weiteren folge minecraft ich kampf muß 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 Untertitelung des ZDF, 2020